Ich wollte euch mal meine Wickelutensilien zeigen und zwar fängt es mit dieser Wickelunterlage an. Die habe ich von Amazon. Alle Links sind natürlich auch in der Beschreibung. Dann dieses Handtuch ist einfach viel angenehmer für die Babys und es ist waschbar. Das heißt, ich muss es nicht am Ende wegschmeißen, wenn was draufkommt. Dann habe ich hier meine kleinen Organizer. Die sind von Ikea. Hier habe ich immer Wasser drin. Hier sind Waschlappen. Die sind auch von Ikea und die sind von Amazon. Und hier sind diese Wattepads. Die gibt es im DM und im Rossmann. Finde ich immer sehr praktisch, wenn das Kind mal groß gemacht hat. Hier ist noch der passende Wickeleimer dazu, aber da sind jetzt meine dreckigen Waschlappen drin. Und hier habe ich meinen Windeleimer. Der ist von Tommy Tippy. Genau, und hier sind meine Windeln. Und mehr brauche ich gar nicht zum Wickeln. Beziehungsweise, da sind noch ein paar Cremes drin. Wundcreme, Pflegecreme und all sowas. Aber ansonsten war's das.